Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung unseres gemeinsamen Playthroughs zu The Seven Continent bei Genus Solo. Ich wünsche viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Ballonfahrer. Es geht weiter mit unserem Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Wir versuchen immer noch unseren Fluch, The Prison of Clouds, loszuwerden. Letztes Mal sind wir wieder in die Lüfte gegangen und jetzt geht es natürlich weiter ans Erkundene. Eure, ich denke mal, recht eindeutige Meinung war, wir sollen nach Westen. Hatten wir nämlich noch einen Pfad gehabt, den wir noch gar nicht angeflogen haben und in diese Richtung soll es jetzt auch weitergehen. Und da ich zum Glück noch weiß, was hier so ein bisschen auf dem Weg ist, werde ich als erstes hier wieder dieses Feld erkunden, denn hier war dieser Vulkankrade, der uns so ein bisschen beim Fliegen unterstützt. Und da haben wir ihn schon, brauchten ja keine Karte, kein Erfolg dafür. Und er befähigt uns dahingehend, dass wir beim Fliegen eine Karte weniger ziehen und automatisch einen Erfolg bringen. Das hilft uns nämlich relativ stark weiter, denn mal gucken hier nochmal unser Wind. Wir wollen Richtung Westen. Eine Karte, ein Erfolg ist genau das. Dann können wir uns nämlich kostenlos jedenfalls von diesem Feld wegbewegen. Allerdings hat es eine Konsequenz, denn wenn ich jetzt hier erkunde und ich werde diese Navigationsaktion machen zum Erkunden, muss ich einen Erfolg dabei machen. Das heißt, ich kann Karten ziehen, aber ich kann auch eine Karte entsorgen oder in die Ablage legen mit dem Stichwort Vigilance. Vigilance, mal gucken, ob wir da was haben. Und tatsächlich haben wir einen Gegenstand mit Vigilance. Wir haben sogar einen ganzen Stack davon. Wäre schöner gewesen, wäre hier einer dabei gewesen, um ein bisschen Platz zu machen, aber ist nicht. Aber auch das gefällt mir ganz gut, weil hier nur noch zwei Aufladungen drauf sind. Hier unsere coole Götze dran ist. Wäre toll, wenn wir da nochmal was bekämen. Denn somit werde ich jetzt hier, ich denke mal, wir werden jetzt hier diese Fackel oben in der Luft nicht benötigen. Hat das Schlüsselwort Vigilance und dadurch bekomme ich automatisch die Möglichkeit, jetzt die Erkundungsaktion ohne den Erfolg zu machen. Okay, also können wir das Ganze jetzt kostenfrei erkunden. Und mal sehen, was wir haben. Heat, Wind, das hatten wir schon mal. Ja, wir können das Ganze jetzt hier liegen lassen. Dann haben wir diese Fähigkeit, können wir jetzt in die Richtung fliegen. Aber ihr wolltet ja nach Westen. Somit muss ich das anwenden. Drei Karten kostet mich das Ganze und dann kann ich die Karte ablegen und hier weitermachen. Ich denke mal, das ist eine gute Gelegenheit von unserer Kartenhand hier diese Prodigy-Karte zu nehmen. Minus drei Karten ist genau das, was wir benötigen. Und da können wir diese Karte ablegen und jetzt die 731 wieder platzieren. Da wissen wir ja, was kommt. Hier waren wir in dem Krater damals drin und haben uns unsere coole Fliegerfähigkeit angeeignet, die uns natürlich dann beim Landen weiterhelfen wird. Doch zuerst hinfliegen. Wir benötigen eine Karte, einen Erfolg. Aufgrund halt dieser heißen Ströme des Vulkans kriegen wir das automatisch und können uns kostenfrei hier hin bewegen. Weiter also nach Westen. Hier hin müssen wir nicht. Deswegen erkunde ich hier gar nicht erst und mal sehen, was wir als nächstes Ereignis haben. Nothing on the Horizon. Auch das hatten wir schon mal gehabt. Das ist eine erzwungene Aktion. Müssen wir gleich machen. Doch das Ereignis ist gar nicht mal so schlecht. Gehen wir mal näher ran. Und zwar, wir benötigen zwei Erfolge. Es ist eine erzwungene Aktion. Ich habe ja noch diese Sache auf der Hand. Somit bekomme ich automatisch die zwei Erfolge aufgrund der erzwungenen Aktion. Des Weiteren haben wir die Kennzeichnung Meisterschaft dran. Das heißt, wenn ich nur zwei Karten benötige, um das Ganze zu schaffen, kann ich sie auf die Hand nehmen, zurückmischen, was auch immer ich gerne möchte. Und da es ja sowieso ein Erfolg wird und das relativ sicher ist, aber ich muss mich halt vorher entscheiden, werde ich das so spielen. Werde zwei Karten ziehen und man kann dann selber entscheiden, was ich mit denen mache. Und das Coole ist, wenn wir das Ganze geschafft haben, kriegen wir aus unserer Ablage eine Karte mit White Sheelance zurück auf die Hand. Und wir hatten gerade die Fackel abgelegt. Und die könnte uns natürlich auch wieder behilflich sein, unseren Gegenstand hochzudrehen. Obwohl, hier in der Luft können wir jetzt nichts bauen, aber vielleicht dann irgendwann später. Und dann, obwohl ich es nicht benötige, werde ich jetzt zwei Karten ziehen. Mal sehen, was ihr macht. Natürlich einmal Flying Root und einmal die... Ich werde sie beide wieder einmischen, weil, ja, hilft mir jetzt alles nicht wirklich so weiter. Und das Kartendeck ist nicht so dick, dass ich jetzt den Luxus habe, diese Flying Root Karte einfach da abzulegen, auch wenn ich dann Gefahr laufe, diese nochmal zu ziehen. Okay, das haben wir geschafft. Die können wir ablegen. Das haben wir geschafft, können wir ablegen. Und wir bekommen jetzt von unserer Ablage auf die Hand eine Karte mit White Sheelance. Und dann nehme ich natürlich die Fackel wieder hoch, um dann später unseren Gegenstand wieder zu verbessern. Das ist unser vierter Gegenstand. Haben wir noch einmal Platz. Okay, und dann geht es weiter mit der Karte 789. Auch diese Karte kennen wir schon. Danach kommt es jetzt unbekannt. Wenn wir hier sind, die Geschichte kennen wir auch. Das ist das mit dieser Anhörung der Ziege, die drauf war, wo man halt in die Ferne gucken kann. Da müssen wir ja nicht schon extra hingehen, brauchen wir keine Karte für ausgeben. Aber wir müssen erst mal hier drauf. Eine Karte, ein Erfolg. Aufgrund meiner Fliegerassfähigkeit beim Fliegen automatisch ein Erfolg. Aber ich brauche die Karte. Denn momentan habe ich nichts, um das zu modifizieren. Bin ja nicht mehr hier angrenzend zu dem Feld. Somit eine Karte. Und wir haben noch einen Platz auf der Hand. Die nehmen wir auf alle Fälle erst mal. Und fahren dann hier weiter. Und jetzt kommen wir in ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Ich stelle den Ballon mal hier rüber. Nächstes Ereignis. Und da bekommen wir... Okay. Zweifel kommendieren den Sinn. Ist das die richtige Richtung? Es wäre wahrscheinlich ratsam, den Flugweg aufzuzeichnen. In der Zwischenzeit kannst du dich auf dein Gedächtnis verlassen. Okay, nach Sicht fliegen. Aber wir haben ja schon eine Karte. Die führe ich jetzt immer weiter. Je weiter wir kommen, um uns da auch ein bisschen zurechtzufinden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, eine Karte von unserer Hand zu nehmen und zurück ins Aktionsdeck zu mischen. Mit Whitechelands oder Will, um das Ganze abzulegen. Und hätten wir diese Karte nicht, müssten wir das hier unten ausführen. Aber wir haben was. Und das brauche ich, denke ich mal, jetzt auch nicht. Diese Schneeschuhe, Will, die werde ich jetzt da wieder hinein mischen. Und dann komme ich hier fein raus. Und dann kommen wir dann auch zur Karte 702. Aha, unser Abenteuer scheint sich dem Ende zu neigen. Denn wir haben dort einen Pfad mit unserem Fluchsymbol, mit dem Vogel. Theoretisch wäre es ja tatsächlich so gewesen, man hätte starten können und direkt hier hinfliegen und einfach durch. Das ist mir ein bisschen zu leicht. Wir haben zwar sehr viele Landewege gemacht, aber ich glaube nicht, dass wir hier so schnell vorbeikommen. Aber wir werden es sehen. Wir gucken ganz einfach mal hin. Wir müssen jetzt nach Norden fliegen. Da benötigen wir eine Karte und drei Erfolge. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wir haben zwar einen Erfolg automatisch beim Fliegen und hier würden wir für jede 7 dann noch einen weiteren kriegen. Das würde reichen, wenn wir also jetzt hier eine 7 ziehen würden. Ich denke mal, mit einer Karte ist es ein bisschen knapp. Ich werde 2 nehmen. Wenn wir das Ganze nicht schaffen, dürfen wir uns trotzdem bewegen. Müssten aber dann für jeden Erfolg, den wir nicht geschafft haben, noch mehr Karten ablegen. Aber ich würde mal sagen, wenn ich das jetzt nicht schaffe, müsste ich 2 Karten ziehen. Ach, ich probiere es mit einer. Was soll schon passieren? Okay. Ach, Flying Hood. Aber es ist die 7 dabei. Und das sind die 2 weiteren Erfolge, die wir benötigen. Somit das geschafft. Noch auf dem Feld, wo das losging, kommt noch dieser Flying Hood. Aber okay, haben wir nur eine Karte benötigt. Und jetzt sind wir natürlich hier in dieser, ja, eine Art Schlucht ist das. Die Karte 734 gibt es hier. Aber wir haben ja die mit dem Vogel. Also würde ich schon die auch mit akquirieren. Doch bevor ich dies tun kann, muss ich natürlich erst mal das Ereignis erkunden. Denn es ist ein ganz normaler Pfad. Und somit, was haben wir denn jetzt hier? Auch diese Karte kennen wir schon. Und zwar können wir jetzt das Wetter ändern. Okay. Wenn wir nach Norden wollen, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und wenn wir dann zufrieden sind, können wir etwas zurückholen. Und weder mit einer Serenity Card oder einer Aggressive Card. Mal gucken. Erst mal die Karte 700 austauschen. Und dann schauen wir mal, was wir bekommen. Ich würde sagen, wir sind zufrieden, wenn es kostengünstiger wird, nach Norden zu kommen. Ansonsten sind wir halt nicht zufrieden. Und da haben wir... Oh, 2-4. Wir sind auf alle Fälle nicht zufrieden. Denn es wird teurer, da jetzt hinzukommen. Noch allzu viel Aggressive Cards habe ich nicht in meiner Ablage. Dennoch, ich werde es so spielen, weil ich bin nicht zufrieden mit der Karte. Und hole mir halt die Bolas wieder zurück. Das ist jetzt die fünfte Card. Ob ich sie anwende, wahrscheinlich dann am nächsten. Landepunkt. Aber jetzt, die Karte ist 734. Da wir aber den Vogel haben und dieser den Wert 13 haben, kommen wir jetzt in Summe auf eine 747. Und die gibt es auch. Auch in Referenz mit der 702, wo wir draufstehen. Mal sehen, was jetzt passiert. Der Vogel beginnt sich plötzlich unruhig zu bewegen, als würde er von einer intensiven Erinnerung erfasst. Er beginnt schnell zu sprechen und ändert die Stimme, um einen eigenartigen Dialog zu führen. Schauen Sie, Käpt'n. Sie werden es schaffen. Sie werden es schaffen. McCormick wird das Unmögliche noch einmal schaffen. Wirst du mit deiner lächerlichen Heldenfeierung aufhören? Die Winde sind zu seinem Gunsten, Norbert. Er hat auch fünf Co-Piloten zur Verfügung und sein Ballon ist weitaus besser ausgerüstet als unserer. So einfach ist das. Winde zu seinen Gunsten? Hier gibt es so etwas nicht, Sir. Sie wissen es genauso gut wie ich. Und was meinst du damit, Norbert? Nichts, Käpt'n. Überhaupt nichts. Es ist eben so. Sie haben es fast geschafft, Käpt'n. Sie haben es geschafft. Hallo? Was tust du? Geh sofort von mir runter. Entschuldigung, Sir. Ich bin einfach so glücklich. Es ist wunderbar. Behalte dein Glück für dich, Norbert. Sie haben es vielleicht geschafft, aber wir stecken immer noch hier fest. Und wir sind noch nicht aus dem Schneider. Es scheint mir, dass es nur einen Ausweg aus dieser Schlucht gibt. Also müssen wir uns sorgfältig vorbereiten. Sind Sie sicher, dass Sie es versuchen wollen, Käpt'n? Selbst wenn wir einen Weg finden, unseren Ballon zu verbessern, bin ich mir nicht sicher, ob er funktionieren wird. Warum nicht auf Hilfe warten? McCormick wird sicher eine Rettungsgruppe aussenden. Der Vogel beendet seine Tirade mit einem scharfen Klackern, dessen Bedeutung du nicht wahrnimmst. Die Winde, die durch die Schlucht wehen, sind unvorhersehbar. Auf plötzliche Flauten folgen starke Böen und aufsteigende Wirbelwinde. Offensichtlich ist hier ein übernatürliches Phänomen am Werk, das deine Nerven nicht beruhigt. Weiter durch die enge, felsige Schlucht zu fliegen, wäre Selbstmord. Falls du das Antriebssystem nicht anpassen kannst, um den Wind auszugleichen. Wir haben also dennoch die Karte 734 jetzt anlegen müssen. Vogel hin oder her hat uns wahrscheinlich nur die Geschichte getriggert. Doch was machen wir jetzt? Denn wir kommen hier nicht weiter, also nicht so direkt. Wir haben die Möglichkeit, diese Navigationsaktion zu machen über die Karte 732. Oder falls wir dieses violette Symbol haben, was wir natürlich nicht haben, eine andere Karte. Also die Frage ist, ist das jetzt für uns relevant oder nicht für uns relevant? Nehmen wir jetzt die 732 oder fliegen wir damit ins Verderben? Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Vielleicht hilft uns das Ganze ja auch, um festzustellen, welche Anpassungen wir machen müssen. Deswegen, wir brauchen eine Karte, zwei Erfolge. Es ist eine Navigationsaktion, das heißt, einen Erfolg haben wir automatisch. Und falls wir eine 7 ziehen, haben wir auch den zweiten. Eine Karte muss ich sowieso ziehen. Die Frage ist, reicht das aus? Eine Negativkonsequenz gibt es tatsächlich. Nicht nur ein bisschen Text, dass das halt nicht geklappt hat. Deswegen probiere es einfach durch, immer einzeln zu ziehen, bis wenn ich gegebenenfalls die 7 habe. Oder einen Erfolg. Und wir haben am Abend einen Erfolg. Das ist also der zweite Erfolg. Eine Schaufel. Das ist die fünfte Karte. Was lege ich denn dafür mal weg? Ich würde sagen, die Schaufel behalte ich und den Bogen lege ich ab. Aber dafür habe ich es geschafft. Und schau mir jetzt mal, hoffentlich ist es was Gutes, die Karte 732 an. Du nimmst einige Anpassungen vor und drehst die Kurbel, um den Ballon noch weiter in die Berge geschlucht zu fliegen. Deine Hoffnung ist schnell vorbei. Der unsichtbare Gegner hat mehr als einen Trick im Ärmel und wirft dich mit einer Reihe von wütenden Böen grob zurück in den Süden, wo du gestartet bist. Deine Flüsche gehen im spöttischen Heulen des Windes verloren. Zum Glück, es ist erstmal nichts Negatives passiert, aber wir kommen auch nicht weiter. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wenn wir die Karte liegen lassen, bei der nächsten Ballonaktion, zwei Karten weniger und zwei Erfolge. Oder wir versuchen es nochmal, dann würde die Karte 734 wieder kommen. Dann hätten wir wieder dieselbe Option. Das heißt, wir benötigen die Karte mit diesem lilanen Windsymbol. Was auch immer es sein wird. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo ich sowas finden soll. Wir haben noch ein paar Landepunkte, die wir noch nicht angeflogen haben. Vielleicht ist da ja auch irgendwas. Ich habe ja so die Befürchtung, dass es genau an dem Landepunkt ist, wo man am schwierigsten runterkommt. Das war ganz oben im Nordosten, wo diese Fregatte unten war. Aber da brauchten wir so elend viele Erfolge. Da müssen wir unseren Ballon noch so weit voranpimpen. Das würde dann noch tatsächlich eine Weile dauern. Aber da müssen wir auch die entsprechenden Sachen finden. Dennoch, das ganze Jammern nützt nichts. Und daher würde ich sagen, ich fliege wieder zurück, wo wir angefangen haben. Gucke uns noch dieses Ereignis an. Und dann lasse ich euch entscheiden, zu welchem Landepunkt wir fliegen. War quasi heute dann eine Nullnummer. Obwohl, wir wissen ja, dass wir jetzt etwas Bestimmtes suchen müssen. Zwei Karten weniger, zwei Erfolge. Wir benötigen nach Süden sowieso nur zwei Karten. Gar keine Erfolge. Somit hier nach Süden direkt geflogen. Kommen wir hier direkt hin. Und dann schauen wir doch noch, was auf dieser Seite für einen auch. Unser Freund Paffeln. Den hatten wir schon mehrmals gehabt. Eine Jagdaktion für einmal Fleisch. Und das mit Meisterschaft. Das könnte nützlich sein. Denn wir können drei Karten über die Meisterschaft ziehen. Und diese, wenn es ein Erfolg ist, dann wieder zurückgegen. Wir benötigen nur vier Erfolge. Bei drei Karten ist das gar nicht mal so schwer. Aber ich werde es dennoch absichern. Indem ich hier meinen vierten Gegenstand benutze. Eine Aufladung runter. Bringt uns schon mal allein zwei Erfolge. Hier direkt über den Speer. Und gegebenenfalls noch, falls wir eine Sieben ziehen, noch zwei weitere Erfolge. Und das bei drei Karten. Ich denke mal, das sollte machbar sein. Und dann ziehen wir doch mal die drei Karten. Wie gesagt, zwei Erfolge haben wir schon. Zwei benötigen wir noch. Und dann haben wir jede Menge Siebenen. Ach, wir hätten nicht mal einen Gegenstand benötigt. Wir hätten vier Erfolge auch so geschafft. Okay, einmal verschwendet. Ja, jetzt kann ich die wieder zurück mischen. Wenn ich möchte. Möchte ich. Ja, ich möchte Remember auf die Hand nehmen. Kann man immer gebrauchen. Die Karten, die mische ich wieder hier hinein. Jetzt habe ich aber eine volle Kartenhand. Deswegen, ich muss noch eine Karte ablegen. Nützt nichts. Aber Remember ist mir einfach zu wichtig. Und ich werde die Schaufel, auch wenn es Stamina ist, jetzt erstmal weglegen. Weil unser Gegenstand ist eh voll und hat fünf Aufladungen. Deswegen, vielleicht kann ich es mir auch über Remember später wiederholen. Nochmal wieder, Puffin ist besiegt. Mal sehen, ob er uns noch öfters begegnet. Er wird ja nie in dem Benich-Bereich getan. Das heißt, jedes Mal, wenn er zurückkommt, könnte er wieder gezogen werden. Einmal Fleisch bringt uns das Ganze. Und da haben wir einmal ganz normales Fleisch. Problem ist nur, wo packe ich es dran? Der ist voll, der ist voll. Den kann ich und den kann ich benutzen. Der wäre danach auch voll. Hat noch drei Aufladungen, ja, zwei. Wir haben aber auch noch den Schutzschirm. Deswegen, hier wird es wahrscheinlich noch am besten sein. Da haben wir noch eine weitere Option, wenn wir dann gegebenenfalls dann später unsere Fackel wieder bauen. Denn das hatte ich ja noch Vorgaben, wenn wir irgendwann wieder landen, um diese Aufladung wieder hochzubringen. Damit das Ereignis geschafft. Und wir können weiter nach Osten fliegen. Und zwar über die Karte 692. Und auch diese Karte kommt mir bekannt vor. Klar, wir waren hier schon mal. Ich glaube, wir hatten dann von diesem Camp aus mal nach Westen gespielt und sind ja dann hier nach unten geflogen. Jetzt sind wir hier und von dieser Richtung an. Das heißt, dahinter wird dann dieses Camp sein, wo wir gelandet sind. Unten, glaube ich, war dann auch der Tempel, wo wir unsere Götze geholt haben. Aber ich denke mal, hier hatten wir gut was rausgeholt, wo wir noch gar nichts geholt haben vom Landepunkt her. War hier oben bei dem Eis. Da waren wir kurz nur gelandet, sind wieder weggeflogen und hier sind wir noch gar nicht gelandet. Und an dieser Stelle, ja, mein Hinweis oder meine Aufforderung an euch. Wo soll es jetzt weiter hingehen? Im Grunde ist es erstmal egal von der Richtung her. Wir müssen auf alle Fälle hier lang fliegen und dann entweder hier runter oder dann nach oben, je nachdem, wo ihr hin wollt. Sagt mal ganz einfach, ob ihr nach Norden zum Eis nochmal wollt. Ganz nach Osten zu, wo wir vier Erfolge und zwei Karten ziehen müssen. Aber das ist jetzt mit unserem Sandsack überhaupt kein Problem mehr. Oder hier nach unten, da war, glaube ich, auch eine kleine Insel mit nur einer Karte und vier Erfolge ist überhaupt kein Problem. Also hinsichtlich der Landung müssen wir uns bei den drei Punkten überhaupt nicht sorgen. Und ich glaube, auch beim Startpunkt, da hatten wir auch noch nicht alles durchgeschaut. Da sind wir auch, glaube ich, nur kurz abgehoben und dann gleich los. Ob da noch irgendwas ist? Keine Ahnung. Also vier mögliche Landepunkte. Gebt mir ganz einfach in den Kommentaren einen Hinweis, welchen ich jetzt ansteuern soll. Ja, und diesmal hoffe ich auch, dass ich das Zeitlimit ein bisschen eingehalten habe. Aber da ich tatsächlich nicht wirklich weiter weiß, wo ich jetzt hier langfliegen soll und mir in dem letzten Video auch nicht unbedingt so stark signalisiert habe, dass es einen sekundären Landepunkt gibt oder eine Flugroute gibt. Alle wollten hier nach Westen und da ist momentan eine Sackgasse. Aber ich denke mal, wenn wir das geschafft haben, diesen bestimmten Gegenstand oder was auch immer ist zu holen, um unseren Ballon zu modifizieren, dann ist dort das Ende unseres Fluches. Ist eine reine Vermutung. Danach könnte das Abenteuer aber auch gegebenenfalls noch viel, viel weiter gehen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und dann bin ich jetzt gespannt auf eure Vorschläge. Hoffe natürlich, dass euch das Video etwas gefallen hat. Bleibt weiterhin gesund. Viel Spaß beim Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Geno. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.